Schönen guten Abend. 30.09.2023, der nächste Trailer am Stadt. Hier seht ihr es ja in der Mitte eingeblendet, importierte Slums in Deutschland entstehen bald ganze Asylgroßstädte. Ich würde jetzt sogar bald streichen, die haben wir ja schon. Das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt mal wieder, auch wenn er jetzt auch keine Neuigkeiten mehr bringt. In der Form gibt es noch ein paar andere Sachen. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Bitshoot, Odyssee oder Rampel. Und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.